Wie ist es angelaufen? Also ich hatte ja schon diesen Coaching-Hintergrund und mittlerweile gab es auf YouTube auch sehr viel Content. Deswegen habe ich mich erst mal dazu entschieden, kein Coaching zu machen, sondern es selbst zu probieren. Ich habe mir einfach sehr viel das Wissen versucht, auf YouTube zu holen und bin einfach mal losgelaufen. Ich habe die Wohnung gekauft, habe sie selbst mit meinem Vater und auch meiner Freundin saniert. Mein Vater hat sehr viel gemacht. Ich habe es zwischendrin eben gemacht, wenn der Schichtdienst ging, habe teilweise auch Handwerker natürlich engagiert für die Sachen, wo man Handwerker braucht. Und dann war die Wohnung irgendwann fertig. Es war auch wirklich Pain, muss man sagen. Also es war sehr stressig. Ich war wirklich kurz vor Burnout, weil ich zwischen den Schichtdiensttagen halt eine Stunde entfernt zu meiner Ferienwohnung fahren musste. Die ist im Allgäu, also mitten in den Bergen, in Sonthofen ist die. Im Oberallgäu, schönster Bergblick rundum. Also wirklich wunderschön, ich liebe diese Wohnung. Und ja, dann habe ich mir selber die Möbel zusammengesucht im Internet. Hatte schon so die Farben im Kopf, die ich haben wollte. Ich wollte so blau-weiß irgendwie in der Wohnung haben und habe mir ein blaues Sofa eingebildet und ein blaues Bett. Und das habe ich dann versucht, irgendwie in Einklang zu bringen. Und das habe ich dann versucht, irgendwie in Einklang zu bringen.